Stolze besiegt Eskiew Knie-Knockout schickt Oktagon-Legende auf die Bretter. Bei Oktagon 60 in Oberhausen sorgten die Kämpfer für ein spektakuläres Event, das die Zuschauer in seinen Bann zog. Besonders beeindruckend war der Auftritt von Stolze, der mit einem beeindruckenden Knie-Knockout gegen die Oktagon-Legende Eskiew triumphierte. Die Fight-Card war gespickt mit talentierten deutschen Kämpfern, die alles gaben und für spannende Momente sorgten. Stolze und Eskiew, zwei Veteranen des deutschen MMA, lieferten sich einen packenden Schlagabtausch, der mit Stolzes bemerkenswertem Finish endete. Dieser Sieg könnte für Stolze einen großen Schub in seiner Karriere bedeuten und ihn zurück ins Gespräch um die Spitzenplätze der Szene bringen. Die Veranstaltung in Oberhausen war nicht nur ein Highlight für die Kämpfer, sondern auch für die Fans, die ein hochklassiges MMA-Event erleben durften. Mit dieser Fight-Card hat Oktagon einmal mehr bewiesen, dass es eine bedeutende Plattform für MMA in Deutschland ist.